Hey, ich weiß genau, was wir jetzt machen. Lass uns einfach ein bisschen spielen. Und los! Mal sehen, was ich hier für dich dabei habe. Machst du mit? Micky braucht deine Hilfe, um das Autorennen zu gewinnen. Je lauter du ihm zujubelst, desto schneller fährt sein Auto. Lasst uns doch mal eine Proberunde machen. Brüll mal ganz laut. Ja, genau so, siehst du? Micky fährt jetzt viel schneller. Und gleich nochmal. Super, dann kann es ja losgehen. Drei, zwei, eins und losschreien! Das kannst du doch noch lauter. Ja, super! Micky, schneller, du schaffst das! Ja, weiter so! Ja, geschafft! Micky hat das Rennen gewonnen! Du warst wirklich eine super Hilfe! Wow, das war klasse! Und das war doch gar nicht so schwer! Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei! Tschüss! 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 Tschüss!